Angefangen hat alles mit diesem Tweet des spanischen Journalisten Albert Fabrega. Ich möchte dem Gerücht nicht glauben, dass sie mir jetzt im Fahrerlager erzählt haben. Nein, übersetzt die KI den Text seines Postings auf Ex-We-Twitter jetzt eigentlich heißt, dass sage und schreibe 12 Millionen Mal gesehen wurde. Welche Welle der Journalist damit losgetreten hat, warum Fernando Alonso jetzt einigermaßen sauer ist und welche Nonsens-Gerüchte am Donnerstag, dem Medientag vor dem Grand Prix von Brasilien, sonst noch diskutiert wurden, das erzählen wir euch jetzt in diesem Video. Denn und damit gehen wir gleich voll rein in die Geschichte mit Fabregas kryptischem Tweet, der viel vage andeutet, aber wenig Konkretes verrät. Entstand so etwas wie ein Informationsvakuum in der Social-Media-Bubble der Formel 1 und immer dann, wenn so ein Social-Media-Vakuum entsteht und wenn irgendwelche Gerüchte sich andeuten, auch wenn man gar nichts Konkretes weiß, dann wird im Formel-1-Internet, das wissen wir inzwischen, Emsig spekuliert. Zumal sich Red Bull Spanien offensichtlich einen Spaß daraus gemacht hat, das Spiel mitzuspielen. Denn mitten hinein in die Welle der Spekulationen, was Fabregas mit seinem Posting gemeint haben könnte, setzte das Unternehmen ein Ex-Posting mit einem Smiley ab, das den Finger auf den Mund legt. So, als wollte man Psst sagen und ein Geheimnis bewahren. Jetzt war es um die Ratio sowohl bei den Fans im Internet als auch bei so manchen Journalisten geschehen und die Stories, sie sprießten nur so aus dem Boden. Wechselt Alonso statt Sergio Perez zu Red Bull oder tritt er vielleicht zurück? Bevor wir diese Story auf unserem Formel-1-Newsportal www.formel1.de veröffentlicht haben, haben wir erstmal zum Telefonhörer gegriffen und uns umgehört, was denn nun wirklich dran sein könnte an den Internetgerüchten. Und da fielen die Stories ziemlich schnell in sich zusammen. Unser Recherchergebnis kurz und kompakt. Red Bull ist nicht an Alonso interessiert und es hat auch keinerlei Kontaktaufnahme gegeben, weder mit Fernando Alonso selbst noch mit seinem Management. Besonders aufmerksame User werden jetzt allerdings einwerfen, aber wurde nicht Alonsos Freund und Manager Flavio Priatore in Katar im Gespräch mit Christian Horner, dem Teamchef von Red Bull, gesehen und dabei fotografiert? Ja, das wurde er und davon gibt sogar ein Foto. Aber gleichwohl wir nicht glauben, dass die beiden nur über die Hitze und über das Wetter in Katar gesprochen haben. Das war an dem Wochenende ja ein großes Thema. Versichert man uns aus wirklich zuverlässigen Red Bull-Kreisen hoch und heilig, dass nicht darüber gesprochen wurde, dass Alonso 2024 zu Red Bull wechseln könnte. Helmut Marko hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich von Sergio Perez eine Leistungssteigerung erhoffen würde. Aber es gibt derzeit wohl auch keine sehr viel besseren Alternativen für Red Bull. Lando Norris, ein Wunschkandidat, hat bis Ende 2025 einen wasserdichten Vertrag bei McLaren. Verhandelt übrigens von Andreas Seidel, der Norris, so hört man, ganz gern zu Audi holen würde und sich heute wahrscheinlich drüber ärgert, dass er damals keine Ausstiegsklauseln zugelassen hat. Ein Alphatier wie Fernando Alonso oder Lewis Hamilton, das hat Red Bull in der Vergangenheit immer wieder betont, das sucht man eigentlich nicht. Man hat mit Max Verstappen den derzeitigen Superstar der Formel 1 unter Vertrag. Man hat ihn bis 2028 unter Vertrag, übrigens mit dem, wie man hört, bestdotierten Vertrag aller Formel 1-Fahrer und mit einem zweiten Alphatier an seiner Seite Unruhe in diese Harmonie zu bringen und damit möglicherweise Verstappens zukünftige Erfolge aufs Spiel zu setzen. Darauf haben die Verantwortlichen bei Red Bull wenig Lust. Käme am ehesten noch Daniel Ricciardo in Frage, aber dafür muss es noch ein paar weitere Grand Prixs wie Mexiko geben, in denen Ricciardo brilliert und auf der anderen Seite Perez patzt. Dann ist bei Red Bull nichts ausgeschlossen, auch nicht ein Fahrerwechsel, zum Beispiel während der Saison 2024. Aber erstmal bleibt festzuhalten von den Alonso- und Red Bull-Gerüchten, da bleibt Stand heute nach unserem besten Wissen und Gewissen nichts hängen. Außer, dass Fernando Alonso in der Donnerstags-Pressekonferenz vor dem Grand Prix von Brasilien einigermaßen sauer war. Er sagte wörtlich, Ich habe nichts dazu zu sagen. Das sind nur Gerüchte von Leuten, die witzig sein und neue Follower kriegen wollen, aber da spiele ich nicht mit. Ich schätze alle Journalisten, die hier vor Ort sind. Profis, die seit vielen Jahren in der Formel 1 dabei sind. Man hat Respekt voreinander und genau so sollte es sein, aber solche Gerüchte stammen von Menschen, die nicht hier im Raum sind. Die wollen nur witzig sein. Ich finde das gar nicht lustig. Ich werde dafür sorgen, dass das Konsequenzen hat. Welche Konsequenzen Alonso damit meint und Andro, das lässt er zum jetzigen Zeitpunkt übrigens offen. Und dann gab es heute noch ein Nonsens-Gerücht, das sich im Internet wie ein Lauffeuer verbreitet hat, nämlich eine angebliche Absage des Saisonfinales am 26. November in Abu Dhabi. Wegen des gerade eskalierenden Nahost-Konflikts und damit einhergehender Sicherheitsbedenken könnte die Austragung des Rennens gefährdet sein, hieß es in zahlreichen Meldungen. Also haben wir mal bei der Formel 1 selbst nachgefragt, was Sache ist und dort richtete man uns klipp und klar aus, Zitat, das Rennen ist nicht gefährdet, Zitat Ende. Zumal, kleine Bemerkung meinerseits, Jerusalem von Abu Dhabi ähnlich weit entfernt ist wie von Monza, nämlich dreieinhalb Flugstunden. Wie die Gerüchte entstanden sind, das ist übrigens auch klar, denn beim Grand Prix der USA in Austin, da gab es ein Zusammentreffen einiger Formel-1-Teamchefs mit den Verantwortlichen der Formel 1 und ein Teamchef stellte da die Frage, ob die Austragung des Grand Prix von Abu Dhabi gesichert sei angesichts des eskalierenden Nahost-Konflikts, was die Verantwortlichen der Formel 1 zum damaligen Zeitpunkt klipp und klar bejaht haben. Kein Risiko für den Grand Prix. Bis das britische Außenministerium am 29. Oktober seine Reise- und Sicherheitshinweise für die Vereinigten Arabischen Emirate aktualisiert hat. In diesen Hinweisen findet sich nun eine Stelle, die wie folgt lautet, es ist sehr wahrscheinlich, dass Terroristen versuchen werden, Anschläge in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verüben. Die Anschläge könnten wahllos verübt werden, auch an Orten, die von Ausländern besucht werden. Ein Hinweis, wie er sich schon seit ganz vielen Jahren zum Beispiel in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Bahrain befindet, wo die Formel 1 seit ganz vielen Jahren unbeirrt fährt und wie er deswegen im Kontext einer Abu Dhabi-Absage tatsächlich maßlos überzogen dargestellt und aufgegriffen wurde. Und zum Schluss noch eine weitere wichtige Meldung aus der Formel 1. Vor dem Grand Prix von Brasilien hat Mercedes die sofortige Trennung von Chief Technical Officer Mike Elliott bekannt gegeben. Mike Elliott, das ist der Mann, der von 2021 bis 2023 technischer Direktor war, den Zero-Pod-Seitenkasten zu verantworten hat und am Saisonbeginn in die zweite Reihe gewichen ist, um wieder für seinen Vorgänger James Ellison Platz zu machen. Elliotts Vertrag wäre am Jahresende zu verlängern gewesen, jetzt hat man sich vorzeitig auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Eine Entscheidung, über die Lewis Hamilton, so hört man das, nicht wahnsinnig traurig ist. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann gerne einen Daumen hoch dalassen, eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben und nicht vergessen, nächstes Video gleich vormerken. Am Freitag um 23.30 Uhr, da gibt es den Livestream mit der F1-Show zum Qualifying in Brasilien. Ja, in Sao Paulo, da wird wieder F1-Sprint gefahren. Deswegen melden sich Kevin Scheuren und ich bereits am Freitag um voraussichtlich 23.30 Uhr. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts davon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen.